Moin Jungs, was geht ab? Ich wollte euch einmal einen Überblick geben zu, oh, mein Taskleiter ist unsichtbar, egal, zu Gods Unchained, wie das Spiel funktioniert, was man da macht und durch diesen Stuff mit diesem Taiwan, Taiwanesen, Taiwaning, Taiwan Guy, der mit Hearthstone, Gods Unchained hat ja, die haben den Hearthstone und Blizzard, hat ihnen den Preis weggenommen und deswegen hat Gods Unchained gesagt, die bezahlen die Hearthstone und Blizzard, die haben den Preis weggenommen. Und alles, weil sie das nicht richtig finden und alles. Und deswegen sind jetzt viele Spieler zu Gods Unchained gejumpt oder haben sich das Spiel zumindest angeguckt und da viele gestern im Discord, in Gods Unchained Discord gefragt haben, wie das Game überhaupt funktioniert, was das ist, wollte ich mal einen kurzen Überblick geben, auch Gameplay, wie das funktioniert. Ich würde aber erstmal mit dem Anfang anfangen, was das Game ist. Gods Unchained ist ein Kartenspiel, so ähnlich wie Hearthstone, sehr ähnlich sozusagen. Ich spiele das auch erst seit drei, vier Tagen und gestern ist das passiert mit diesem Taiwan Guy und gestern waren noch die Server ein bisschen kaputt, viele konnten sich nicht einloggen und alles, aber ich hoffe, das sollte jetzt Proben sein. Ich meine, ich bin eingeloggt. Also erstmal, das Game ist noch in der Closed, ich glaube, das nennt man, meine Katzen, da dringen wir ja durch, das Game ist noch in der Closed Beta, oder ich glaube, das ist eine Open Beta. Man kann auf jeden Fall, wenn man einen Key hat, wenn nicht jemanden invitet mit seinem Key, kannst du mitspielen. So, ihr seht den Key hier bei mir. Hier, das ist der, wenn ihr diesen Key eingibt, das Ende da wird bei der Registrierung, oder wenn ihr diesen Key aufruft, könnt ihr im Spiel teilnehmen, könnt ihr einfach so mitmachen. Die Beta geht noch bis Ende des Monats, dann released das Game, ich glaube, 29. Dann geht auf der Marketplace live, was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich. Also, ich werde diesen Key, der hier steht, hier, den könnt ihr entweder so abschreiben, ich werde ihn aber nochmal unten in die Beschreibung packen und da müsst ihr einfach draufklicken und dann könnt ihr im Spiel teilnehmen, also mitspielen, runterladen und losspielen. So, und ihr könnt natürlich auch einen anderen Key nehmen, ich meine, ich habe ein paar Vorteile, wenn ihr meinen Key benutzt, weil wenn ihr euch Packs kauft, oder wenn ihr 100 Wins oder so habt, kriege ich auch irgendwie Packs oder so, also habe ich auch was davon, wenn ihr den Key benutzt. Also benutzt mein Key, wäre pervers. So, das ist Gods Unchained. So, das Spiel funktioniert so, die Karten, die ihr euch kauft in diesem Game, die gehören euch. Die gehören euch, das sind euer. So, das ist so, und du denkst doch jetzt, so, let's do, in Hearthstone, die Karten, die ich mir kaufe, gehören auch mir. So, ja, true, stimmt, aber der Unterschied ist, in Gods Unchained gibt es ein Marketplace, das heißt, du kannst deine Karten tauschen. Das ist, Gods Unchained, also ich kenne nicht andere Crypto Games und alles, zu Crypto komme ich gleich, die Karten, die du dir kaufst, die gehören dir, das ist wie, als wenn du dir UEO oder Magic Booster kaufst und die Karten auspackst, das sind deine. Die kannst du nämlich auch tauschen, die sind in einer Blockchain, das heißt, die sind dir zugewiesen, die Karten, und die kann man untereinander, ich weiß nicht, ob man die untereinander tauschen kann, du kannst die auf jeden Fall gegen Kryptowährungen verkaufen und du kannst ja auch gegen Kryptowährungen, mit Kryptowährungen dir Karten kaufen aus dem Marketplace. Wie das aussieht und wie das geht, gucken wir mal ein anderes Mal. Der Store ist auch noch gar nicht live, das kommt am 29. Oktober mit Release. Auf jeden Fall, das ist, wie ihr beim Spiel mitmacht, das ist erstmal das Wichtigste. Benutzt diesen Link und dann könnt ihr euch registrieren, Game runterladen und sofort loslegen. Es gibt ein paar gute Starter-Decks, mit denen könnt ihr gleich spielen und alles, kein Problem. Ich gehe jetzt mal ins Game, das hier ist die Homepage, wo ihr raufkommt, wenn ihr auf den Link hier klickt. Und ich mache jetzt mal das Game auf. Genau, dann ladet ihr das Spiel runter, ihr startet es, lockt euch mit dem Account ein, den ihr auf Gotts Unchained gemacht habt. So, kurz ein bisschen Kaffee trinken, Jungs. So, und dann seid ihr in-game. Und hier findet ihr tausende Sachen. Also erstmal hier findet ihr, hier wird links bei euch Solo stehen, das wird bei euch vertauscht sein, weil Solo ist so, da könnt ihr gegen die AI spielen. Guck mal, ihr könnt jetzt TrueStack machen. Hier sind die Starter-Decks, Death Starter, Deception Starter, Light Starter, das sind erstmal die Klassen. Sorry, erstmal wie in Hearthstone gibt es verschiedene Klassen und es ist echt sehr ähnlich wie Hearthstone. Es gibt verschiedene Klassen, die haben Hero-Powers. Der Unterschied ist, mit den verschiedenen Klassen ist, jede Klasse hat drei verschiedene Hero-Powers, die du am Anfang des Games dir aussuchen kannst. Ich will jetzt nicht in den Detail eingehen, das können wir mal anders machen. Das UI, die UI, das User, das UI ist auf jeden Fall noch nicht so gut, weil man kann hier leider nicht sehen, welche Hero-Powers es gibt. Das kannst du erst in-game sehen. Aber zum Beispiel diese Ludia, die gibt einen Minion plus zwei Angriff und es geht am Ende der Runde schlafen. Das kannst du auf deinen eigenen benutzen, angreifen und dann geht's schlafen. Schlafen ist wie Summoning Sickness, du kannst nicht angreifen. Oder du kannst es auf einen Gegner benutzen. Das heißt, der Gegner kriegt zwar plus zwei Angriff, aber kann nächste Runde nicht angreifen. Oder du kannst ihm Verstohlenheit geben, Hidden nennt sich das. Und etc. Ich will jetzt nicht auf die Hero-Powers eingehen, aber dann wisst ihr. Und hier sind die verschiedenen Klassen. Davon gibt's auch jeweils ein Starter-Deck. Klickt ihr drauf und dann macht ihr euch ein Deck, warte, ich verdecke das gerade mit meiner Cam, macht ihr euch ein Deck mit 30 Karten. So wie in Hearthstone halt, ne? Und Karten, das Witzigste ist, die Karten für dieses Game, die Basiskarten, bekommt ihr, in denen ihr einfach spielt, in denen ihr hochlevelt. Ihr seht hier mein Level. Ich bin Level 64. Und jedes Level bekommt ihr ein Kartenpack mit 5 Karten. Dort können Legendaries drin sein, dort können alles drin sein, wie ihr wollt. Und ich hab herausgefunden, ich hab mir ein paar Karten gekauft, darauf geh ich auch gleich ein, aber die besten Karten sind die Basiskarten. Also ihr könnt super Pornodecks machen, mit den Basiskarten. Was ich vielleicht nochmal zeigen wollte, ich spiel das Game seit 4 Tagen oder so, ich hab früher sehr, sehr viel Hearthstone gespielt. Deswegen, ich weiß, wie Karten-Games funktionieren und sowas. Ich bin tatsächlich Top 17 der Leather gerade. Hier bin ich Downton Lefson Ace. Also ich bin einer der 17 besten Spieler im ganzen Game. Natürlich sagt das nicht viel aus, ich spiele es seit 3-4 Tagen, ich will nicht sagen, dass ich es gut kann. Aber ich bin schon stolz darauf, ist schon pervers so. Aber auf jeden Fall, hier gibt's wie in Hearthstone, gibt's Ranked Constructed, da baut ihr euer Deck, ihr spielt Ranked Games. Wie man aufsteigt und absteigt, das funktioniert ein bisschen anders an Hearthstone, das kann nicht alles gleich sein. Aber Mythic ist sozusagen Legend, dann kommt Eternal Diamonds, hier seht ihr auch Sixo, spielt das auch schon, und dann immer so weiter. Aber Mythic ist wie Legend in Hearthstone und die Ränge davor sind einfach nur Hochrängen, bis du Mythic bist. Gehen wir mal zurück ins Game. Mein größter Tipp ist, wenn ihr anfangt, ihr solltet erstmal ein Game gegen die AI machen. Weißt du, um einfach mal ein bisschen, sucht ihr euch ein Starter-Deck aus, spielt gegen die AI ein bisschen und guckt, wie das funktioniert. Wir können das gerne mal machen. Wir machen hier mal Choose-Deck, wir nehmen, Deception ist meine Lieblingsklasse, deswegen nehmen wir den Deception-Starter und AI können wir auch ein Deck geben, geben wir ihm mal den Dev-Starter. So, dieser Screen wird bei euch links sein, aber das ist nicht schlimm. Für neue Spieler ist es links halt, ne? So, und dann kriegt ihr einfach Start und jetzt spielt ihr gegen die AI. Das Doofe ist, wenn du gegen die AI spielst, gibt es keine XP. Es gibt keine XP gegen die AI. So, und du willst halt hochleveln, um mehr Basiskarten zu kriegen. Das heißt, du machst vielleicht ein Game gegen die AI und dann spielt einfach online. Scheiß drauf, ob ihr verliert. Die anderen Leute sind auch neu, sind auch schlecht, habt keine Angst. Einfach queuen, einfach spielen. Ihr kriegt sogar XP, wenn ihr verliert. Und die XP funktioniert so, du bekommst 100 XP, wenn du gewinnst und du bekommst je nach... Ich weiß nicht, wie das gerechnet wird, aber umso länger das Game geht, ich glaube, es geht nach der Rundenanzahl, umso mehr XP bekommst du. Das heißt, wenn es bis Runde 20 kommt oder so, dann kriegst du schon mal 324 XP oder so. Und die Level sind eigentlich ziemlich linear. Weißt du, das heißt, von Level 1 bis 2 dauert genauso lange wie von Level 99 bis 100. Ich weiß, oder es gibt Leute, die sind Level 750 und die haben 750 Packs gekriegt dann sozusagen. Und ich weiß nicht, ob das genauso stimmt, ob das wirklich dieselbe XP ist, aber gefühlt nach levelt man... Ich level genauso schnell, wie als wenn ich Level 10 bin. So, ihr müsst halt einfach Stuff machen. So, jetzt... Ich hab mein Sound... Mich nervt der Sound... Ich hab den Sound out, sorry dafür. Ihr müsst meine erotische Stimme hören. Okay, jetzt ist meine Timer abgelaufen. Okay, Jungs, wir starten das Game nochmal, weil mein Timer ist gerade abgelaufen. Aber er hat sich jetzt eine Hero Power automatisch ausgewählt, weil ich nicht geklickt hab. Das ist halt ein Online-Game wie in Hearthstone. Hier seht ihr das Rope. So, hier ist mir erstmal das Board. Warte, ich mach mal meine Cam ein bisschen hier zur Seite. Also, das ist der Gegner, der hat 30 Leben. Das ist seine Hero Power, die er sich ausgesucht hat. Das ist unsere, die wir uns ausgesucht haben. Das ist eure Starthand. So, der Erste, der anfängt, hat drei Karten, zieht eine. Und ihr kriegt den Coin. Das ist der Coin hier, wie aus Hearthstone. So, Coin sagt, ihr kriegt einen Mana. Hier unten rechts ist euer Mana, wie in Hearthstone. Ihr kriegt jede Runde einen Mana. Gebt noch ein paar Ausnahmen. Geh ich gleich drauf ein. So, ihr könnt jetzt, ihr habt den Coin. Das heißt, ihr dürft ihn einmal benutzen, kriegt einmal einen extra Mana. Weil ihr als Erster dran seid. Der Gegner aber, der kriegt drei Coins. Der kriegt diese Karte. Und diese Karte sagt, nachdem du diese Karte gespielt hast, kriegst du sie noch zweimal am Ende der Runde zurück auf die Hand. Das heißt, er kann nicht zwei Coins auf einmal benutzen, aber er kann für zwei weitere Runden, hat er nochmal den Coin in der Hand. Weil es schon krass ist, als Erster dran zu sein. Wenn du als Erster dran bist, weißt du, du spielst zuerst und das hat einen super Vorteil. Ich weiß nicht, wie balanced das ist. Für mich ist es okay. Ich spiele immer noch lieber als Erster als als Zweiter, obwohl der Zweite drei Coins kriegt. So, und jetzt fangen wir mal an. Wir spielen einen Einer Drop. Das ist ein Minion wie ein Hearthstone. Ihr könnt sechs Minion total haben. Und das ist ein Ein-Mana-Drop. Das ist einer der besten Ein-Mana-Drops, den es gibt. Das ist Tomb Torchbearer. Ich habe es nicht auf Deutsch gestellt. Keine Ahnung, wie pimmelig die auf Deutsch heißen. Der hat 1-2, das heißt einen Angriff, zwei Leben und er hat Protected. Protected ist wie Divine Shield in Hudson. So, ich habe auch noch nicht alle Mechanics so genau verstanden. Es sind ein paar komplizierte Sachen dabei. Aber wir haben es unseren Ein-Mana ausgegeben. Wir könnten jetzt auch noch Coinen und den hier spielen. Wollen wir nicht. Wir beenden die Runde. Jetzt ist der Boy dran. Das ist eine AI übrigens, ne? So, er spielt jetzt einen 2-Mana-Drop. Er hat einen Raw-Effekt. Er heißt Heal Your God for 4. Das heißt, Raw ist wie Battlecry in Hearthstone. Raw ist, du spielst aus, ist passiert. Und er heilt sich für 4. So, und er ist auf 30 Leben. Und das ist jetzt, was ich nicht verstehe. Das, glaube ich, ist es ein Bug. Weil, pass auf, Jungs. Manchmal, du kannst dich über 30 heilen. Manchmal, du kannst dich nicht für 30 heilen. Und ich verstehe jetzt nicht, warum er jetzt nicht auf 34 ist, sondern auf 30. Weil es gibt auch Karten mit Leech, das ist so Lifestyle und sowas, dann heilst du dich über 30. Und ich verstehe jetzt nicht, warum er nicht auf 34 geht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Vielleicht bin ich ja einfach zu dumm, das zu verstehen. Aber die Sachen finden wir alles raus. Auf jeden Fall, jetzt ist unser Turn 2. So, jetzt können wir gucken, was wir machen. Wir haben hier unsere Hero Power. Give a creature hidden for one turn and do one damage to it. Das heißt, wir könnten den jetzt pingen. Er kriegt einen Damage, aber er ist hidden. Hidden heißt, du kannst ihn nicht targeten, du kannst ihn nicht angreifen. Wenn wir den traden wollen, müssen wir zuerst reintraden und dann die Hero Power. Und da unser Protected hat, wird er auch nicht sterben. So, also ihr seht, ich will jetzt nicht das ganze Spiel durchspielen. Es ist nur, ich würde euch sagen, dass es sehr ähnlich wie Hardstone ist und wie das Gameplay funktioniert. So, die wichtige Sache ist noch, die super wichtig ist, das Mana. Ich kann mal durchpassen, wir haben jetzt zwei Mana gehabt, der hat jetzt auch zwei Mana. Guck mal, er hat den Coin, das ist sein zweiter Coin, er spielt. Ich will euch einfach nur zeigen, was ab fünf Mana abgeht. So, ja, mich interessiert gar nicht, ich beende nur einfach die Runde, ich will einfach zu fünf Mana kommen. So, pass auf. Ja, der spielt, ich weiß, ich verliere jetzt, weil ich nichts spiele, aber das ist mir gerade egal, wir können ja einfach mal den hier spielen. Bam, wir machen auch nichts. Jetzt kommen gleich die Kommentare, Lepstens verliert gegen AI, aber Jungs, ich will euch nur dieses Mana zeigen, dann gehen wir nochmal ins Hauptmenü. So, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt fünf Mana, ja, wenn ihr mal die Runde beendet. Und ich weiß, ich habe den Sound aus, Jungs, verzeiht es mir. So, wir haben jetzt fünf Mana, ja, und jetzt denkt man ja, okay, wenn ich jetzt den Coin spiele, hätte ich sechs Mana. Bei einem Mana, zwei Mana, drei Mana, vier Mana funktioniert das auch, aber bei fünf Mana, seht ihr hier unten, diese beiden Striche, wenn ich ein Profi-Video-Editor bin, dann zoome ich hier auch ran, aber ich werde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich es nicht kann, aber unten rechts, der Kreis hier. Ihr seht jetzt hier diese zwei Striche, ja, das heißt, es braucht ab jetzt zwei Turns, bis ihr einen vollen Mana kriegt, für sechs Mana auch, und für sieben Mana sogar drei, ne, für acht Mana sogar drei, und für neun Mana muss es sogar vier Turns vergehen, bis ihr neun Mana habt. Ihr werdet dann sehen, die Striche füllen sich auf. Ich werde jetzt einmal coinen, und ihr seht, es füllt sich nur ein Strich auf, und ich habe immer nur noch fünf Mana. Es hat sich kein Strich aufgefüllt. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Aber es sollte sich ein Strich ausfüllen. So, und was auch passiert ist, wenn ihr jetzt aber die fünf Mana habt, und null Striche, ihr spielt einen Mana-Drop, so, und jetzt könnt ihr den Coin benutzen, und dann seid ihr wieder auf fünf Mana. Das funktioniert. Nur bis ihr sechs Mana habt, müsst ihr diese zwei Striche haben. So, ist ein bisschen komplizierter. Das, was noch komplizierter ist, ist Fatigue. Wenn ihr null Karten habt in eurem Deck. Ihr verliert nicht das Game, wenn ihr im Fatigue seid, sondern ihr verliert Mana im Fatigue. So, erste Runde verliert ihr einen Mana, zweite Runde verliert ihr zwei. Ich weiß nicht, ob es doppelt ist, oder ob es eins, zwei, drei, vier ist. Fünf, sechs. So, aber wenn ihr keinen Mana mehr, wenn ihr zieht, und das Ziehen kostet euch dann ja Mana, ne, weil ihr keine Karten mehr habt, und wenn ihr dann keinen Mana mehr zur Verfügung habt, dann verliert ihr das Game. Es gibt aber schon eine Taktik, wenn du neun, also Maximum Hand Size ist neun Karten, ist auch wichtig, wenn ihr neun Karten auf der Hand habt, und dann könnt ihr keine Karte mehr ziehen. Neun Karten ist Maximum. Das heißt, wenn ihr neun Karten auf der Hand habt, und ziehen würdet, ihr zieht nicht, weil Maximum Hand Size. So, das ist auch gut, und es gibt auch, ich glaube es zumindest, wenn ihr jemals im Game neun Karten habt, und eine ziehen würdet, oder euer Gegner spielt einen Effekt, der euch ziehen lässt, ihr zieht nicht. In Hearthstone ist es ja so, dass du diese Karte overdrawst, weißt du, dass die Karte kaputt geht. Aber hier ziehst du einfach nicht. Und du hast auch einen Friedhof, es gibt so Sachen wie Effekte, Beschwürfung, Friedhof und alles. Das war es jetzt aber erstmal fürs Gameplay. Wer Hearthstone gespielt hat, dem würde es, glaube ich, echt leicht fallen. So, und natürlich gibt es noch ein paar Mechaniken, die ein bisschen komplizierter sind. Müsst ihr einfach gucken, fragt sie in die Comments, joint mein Discord, es gibt auch ein riesiges Gods Unchained Discord, ich glaube da sind 10.000 Leute. Die sind alle super lieb, die Typen, wahren nur noch jede Frage. So, als letztes wollte ich, das ist erstmal der Anfang, es gibt noch Raffle, es gibt noch Forge, es gibt noch alles mögliche, das ist aber alles so erstmal klein, also klein Kram, braucht ihr nicht. Spielt erstmal, lernt das Game. Ein Tipp, am Anfang, spielt Quick Sealed. Für XP, spielt Quick Sealed. Das wird hier sein, ihr kriegt ein Booster, das ist for free, es kostet nichts, das ist das Nice, es kostet kein Ticket, es kostet kein Echtgeld, oder so, einfach spielt Quick Sealed, klickt drauf, ihr kriegt ein Pack, da sind 50 Karten drin, die gehören euch nicht, die sind wieder weg nach dem Sealed, aber ihr macht euch dann, klickt euch ein Deck aus 30 Karten zusammen, so, und wenn ihr 5 Wins habt, dann kriegt ihr ein Level und ein Pack extra geschenkt. Und ihr kriegt mit jedem Win oder mit jedem Game kriegt ihr immer noch normal XP. Das heißt, wenn ihr leveln wollt, Jungs, spielt Quick Sealed. Ich habe die ganze Zeit Ranked gespielt, wie gesagt, ich bin Top 17 Mythic, aber so, ich will jetzt auch erstmal leveln, ich bin Level 64, das habe ich in 100, ich glaube 100 meiner Games sind Ranked Games, habe ich Level 60 oder so gemacht, aber ich habe jetzt irgendwie 13 Games oder so gemacht und schon, weiß ich nicht, 10 oder 5 Level gemacht, nur durch Quick Sealed, das ist mein dritter Quick Sealed, da levelt ihr richtig schnell und mir fehlen auch noch eine Menge Basiskarten, weil das ist random, das ist RNG, ob ihr eine Legendary zieht, ich will aus den Basiskarten keine Legendary ziehen, ich will einfach fucking, fucking Basiskarten ziehen, die normal sind, weil diese super gut sind, ich gebe euch mal ein Beispiel, hier ist, so, bevor ich euch nochmal das Beispiel gebe, es gibt einmal noch, das ist das, wo Geld involviert ist, wo Kryptowährung reinkommt, jetzt, wo das Game noch nicht released ist, habt ihr die Chance, Genesis Set Packs zu kaufen, das und zwar macht ihr das auf der Hauptseite, da müsst ihr eine Wallet für verlinken oder so, es ist recht easy, aber ich gucke mal, ob ich euch das zeigen kann, so, hier sind wir nochmal auf der Seite, so, hier geht ihr zum Store, so, zum Store, und da ist immer, da das Game noch nicht released ist, kannst du für, kannst du für Features voten halt, ne, und hier unten kannst du dir Packs kaufen, die sind alle limitiert, es gibt nur, das muss ich erklären, also, dieses Genesis Set, das wird nur verkauft, solange das Game noch nicht released ist, sagen die Entwickler, ich kann keine Versprechung machen, ob sie es irgendwann zurückbringen, wenn viele Leute daran schreien, ich hoffe nicht, weil ich hab ein bisschen Geld ausgegeben und ich will, dass die Karten exklusiv für die Leute sind, die jetzt spielen, so, aber man kann sie natürlich später im Marketplace kaufen, ne, wenn Leute die Karten verkaufen, so, also, wenn ihr dieses Genesis Set wollt, das hat nichts mit einem Basisset, nichts mit Level zu tun, das sind exklusive Karten, meiner Meinung nach sind die Basiskarten alle besser als die Genesis Karten, aber es gibt ein paar Genesis Karten, die sind super nice, so, die sind eigentlich ein Must-Have, aber das sind die Comments meistens, weißt du, das sind nicht die teuren Legendaries, das sind die Comments, so, jetzt geh ich nochmal drauf, das Video wird bestimmt zu lange, fuck my life, aber Jungs, also, falls ihr Packs kaufen wollt, mit eurem Browser, also ihr registriert euch hier, dann müsst ihr einen Wallet verlinken, Kryptowallet, dann müsst ihr Metamask installieren, ich will jetzt nicht drauf eingehen, wie ihr euch Krypto kauft, ich hab's mit Neteller gekauft und mit irgendeiner Beine, Ferrum und dann so, ich will jetzt nicht drauf einklieren, das würde zu tief ins Thema gehen, aber wenn ihr ein Wallet habt, das verlinkt habt mit euren Account, könnt ihr hier Packs kaufen, ihr könnt später aber auch die Karten, die hier sind, aus dem Marketplace kaufen, wenn andere User die reinstellen, ich werde zum Beispiel, ich hab viele Karten, ich werde alle überschüssigen Karten im Marketplace reinstellen, ein paar werde ich behalten, in der Hoffnung, dass sie im Wert steigen und hoffen, dass das Game nicht tot wird, so, dass wir noch einen Wert behalten, so, aber hier könnt ihr die Packs kaufen, hier sind nur Genesis Set Karten drin, oder ihr wartet bis zum 29. und dann wartet ihr bis der Marketplace drin ist und ein paar Leute, also Leute können euch auch Karten giften, also schenken, weißt du, ich könnte jetzt aus meinen Karten irgendeinen anderen User eine Karte schenken, dazu braucht ihr auch so eine Wallet, das kostet nichts, kann man sich hier, es gibt auch hier ein Tutorial, wie du Wallet linkst, ich glaube es ist hier auf Raffle, genau, und hier link your Wallet und da, das ist jetzt gerade weggegangen, aber hier ist es eigentlich, da wird erklärt, wie du die Wallet verlinkst und wie das alles funktioniert, das muss ich jetzt nicht machen, um euch zu erklären, so, kommt auf meinen Discord in Ruhe, ich nehme mir gerne Zeit dafür, so, aber das ist wie das Game funktioniert und die Karten, die ihr kauft, gehören sozusagen euch und ich glaube, man kann sogar die Basiskarten verkaufen, ich bin mir nicht sicher, ich hoffe, weil ich brauche Basiskarten und ich ziehe sie nicht aus den Packs, deswegen, ich will sie kaufen dann, wenn ich sie nicht ziehe, ich muss mein Deck besser machen, aber wie gesagt, das ist die Seite, ich weiß, ich habe jetzt viel rumgelabert, ich werde auch nicht, ich werde das Video auch nicht viel cutten so, also ich denke jetzt nicht, dass ihr so ein kurzes, knackiges Video habt mit Boom, 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 Highlight, Action, Explosion oder sowas, ich erkläre euch einfach, wie das Game funktioniert und wenn das hier alles zu lange ist, der, sorry, I don't know, dann sucht euch ein anderes Video, aber jetzt nochmal zu den Karten, so, wir sind hier in Inventory, du klickst auf Inventory, so, und dann More Cards und da siehst du deine Karten, so, du kannst hier sortieren, Filter, Kartenfilter ist super, ich finde das Ding, Kartensuche und alles, besser als ein Hearthstone, es gibt viele Sachen, die das Game noch schlechter macht, als Hearthstone, ich will es jetzt auch nicht, keine Ahnung, ich spiele es auch einfach, ich spiele das Game, was mir am meisten Spaß macht, ich will es auch nicht bis ins Ende loben, weil es hat viele Schwachstellen, hat Bugs, die Animationen sind auch langsam, unendlich, aber Kartenfilter, echt nice, so, jetzt können wir mal nach Set, hier seht ihr, hier seht ihr Genesis jetzt, das sind alle Karten, wo ich klicken kann, die habe ich, die gehören auch mir, so, hier ist das Set Genesis und es gibt noch Karten Versionen, so, es gibt Karten in Diamond, das ist wie, wie goldene Karten in Hearthstone, nur hier gibt es vier verschiedene Glitzer-Versionen sozusagen, die Karten werden nicht stärker oder so, keine Sorge, wenn ihr die normale Common-Karte habt, die ist genauso stark, wie die Diamanten-Version, das ist nicht so Sellout-Dings mit Upgraden oder so, sieht einfach schick aus, ich finde die auch schick, und ich glaube, ein paar Karten werden richtig, richtig teuer später sein, weißt du, wenn du Lack hast und was aus Boostern ziehst, so ein Gott oder sowas, ich glaube, es gibt, es gibt, die releasen auch drei Karten pro Jahr, das sind so Götterkarten, so, ne, die sind eigentlich gar nicht so stark, weil der Effekt geht immer für beide Spieler, der verändert aber immer so das Game, so, es gibt zum Beispiel einen Gott, der sagt, wenn du den im Deck hast, die gibt es nur einmal im ganzen Game, ne, also, denk nicht, dass ihr auf die Leather auf die trifft oder so, aber das ist so eine Spaßkarte, ne, die sagt, das ist ein Gott, wenn du das Spiel startest und du spielst diesen Gott im Deck, der Gegner kriegt das Deck, was du spielst und alle Minion, alle Karten kosten einen Mana und alle Minions sind 10-10 und haben einen Taunt, Frontline nennt sich das hier im Game, äh, solche Karten gibt es und ich glaube, die wurde für 62.000 Dollar versteigert, also, krank, ähm, aber die Karten sind nicht aus Packs ziehen, das ist so eine Special-Karte, Jungs, ich kenne mich nicht mehr auch nicht unendlich aus, aber so, hier sind die Karten, die ich schon aufgemacht habe, die ich gezogen habe, ähm, es sind eine ganze Menge Packs, die ich geöffnet habe, wie gesagt, man kann sie auch alle wieder verkaufen, ne, wenn ich jetzt hier vier von denen habe, ihr könnt zwei Kopien Maximum pro Deck spielen, aber gute Karten könnt ihr auf dem Marketplace verkaufen, das heißt, ihr könnt, hier gibt es nichts mit Dustin oder sowas, ihr verkauft die Karten auf dem Marketplace und davon kauft ihr euch andere Karten, das ist sozusagen wie eintauschen und ich glaube, dieses Modell ist viel besser als ein Hardzone, weil, wenn euch eine Common fehlt, sagt euch, ihr fehlt, euch fehlen diese Common und ihr braucht, und ihr habt diese Common über, so, die verkauft ihr und davon kauft ihr euch die, ja, die Preise werden variieren, es wird Commons geben, die sind teurer und alles, aber eigentlich ist das viel nicer, weil du tauschst eine Common gegen Common, in Hardzone verlierst du immer das ein Viertel von Value und wenn du den Hardzone Packs kaufst, kriegst du dein Geld nie wieder, das sind, Karten sind safe und wenn du das Game nicht mehr spielen willst, hier, äh, Gods Unchained, dann verkaufst du deine Karten auf dem Marketplace und kriegst Cash dafür, so, natürlich kann, ist die Gefahr, dass das Game irgendwann tot ist, dass niemand es mehr spielt, dass niemand mehr Karten kaufen will und all euer Geld ist wertlos oder reingeschmissen, weil das Game einfach niemand mehr spielt, aber meine Hoffnung ist, es funktioniert wie Hardzone, das Game ist richtig gut und mir macht es richtig Spaß, ich habe es in den letzten drei, vier Tagen unendlich gesuchtet, ich habe, pfff, wie gesagt, da 120 Games oder sowas gemacht in den letzten vier Tagen und die Games sind nicht kurz, ich habe immer ein Controldeck gespielt, ich bin keine Agro-Bitch, so, weißt du, ähm, also, so, und hier sind die Karten, die ich noch nicht habe, die man ziehen kann, die kann ich mir jetzt durchs Genesis-Packs ziehen oder später im Marketplace kaufen, so, und dann gibt es natürlich auch Legendaries und alles, das sind eine ganze Menge, die mir noch fehlen, ich glaube, es sind 380 Karten insgesamt und hier ist das Core-Set, das heißt, diese Karten, das sind die richtig guten Karten, die kriegt ihr durchs Level, ihr kriegt jedes Level ein Pack mit 5 Karten und da kriegt ihr ja auch Karten raus und die Drop Rate und so, wie hoch Prozent ist für eine Legendary und so, könnt ihr auch alles online finden, ich glaube, im 1 Pack eine Legendary zu kriegen ist 1%, ähm, dass eine Karte in Diamond ist, weißt du, so blau schimmern, ist 0,2%, das heißt, erstmal 1% in Legendary zu sein und darauf müsst ihr nochmal 0,2 rollen, um die in Diamond zu haben, also, ziemlich lucky müsst ihr sein, aber wie gesagt, Diamond und so ist erstmal egal, so, hier sind die, hier sind die Core Karten, die ihr alle aus Specs kriegt, und das sind wirklich die starken Karten, das ist euer Brot und Butter eures Decks, ähm, ich, ich kann mal kurz ein Deck von mir aufmachen, so, ich will euch nur kurz zeigen, dass das nicht super Pay to Win ist, weißt du, dass man auch, dass du echt ganz viel freispielen kannst, nur durchs Zocken, du musst nur hochleveln und du kannst dieses Leveln auch nicht beschleunigen, du kannst keine 100 Euro zahlen und dir 1000 Millionen XP kaufen, das gibt's hier nicht, du musst leveln, so, und das finde ich super cool, super cooles Konzept, ähm, so, ich zeig euch mal mein Deck, womit ich, ähm, womit ich Mythic geworden bin, ich will mit diesem Deck 20 Wins, 2 Loses, so, und, äh, wir können jetzt mal gucken, ich mach mal nach Set, so, und wir können jetzt einmal nur gucken, was daraus alles, äh, Genesis Set ist und was Core Set ist, hier, einmal Switch Dualist, ja, Switch Dualist, die Karte ist, äh, die Karte ist Core, das heißt aus dem Booster, ähm, wie heißt der andere, Cardshark, das könnte Genesis sein, auch Core, also ihr seht, das wird so weitergehen, also ja, ich glaub, diese Karte ist Genesis und so, das ist Core, also, ne Menge, Menge Karten, ich glaub, 80%, 85% aus meinem Deck sind, ähm, Core Karten, und ich spiel auch keine einzige Legendary und so, und ich bin Top 17 Mythic damit, also, das ist alles im, weiß nicht, Legendaries sind gar nicht so strong, so, man braucht das richtige Deck, um die strong zu machen, so Jungs, ich laber jetzt aber zu viel Scheiße und zu lange, wie gesagt, ladet euch einfach das Game runter, nehmt meinen Invite Code, oder nehmt, oh, ich hab auf Store geklickt, nehmt meinen, oh, hier sieht man noch meine Stats, meine Stats mit dem Deck, also, das ist auch das Coole, was es noch gibt, geudecks.com, ihr könnt alle Decks einsehen, ihr könnt alle Decks von den Top Spielern einsehen, ihr könnt mich suchen, findet mein Deck, so, hm, wie ist Lefton & Mythic gekommen, so, dann könnt ihr hier gucken, hier, mit diesem Deck war ich 18-2, und dann hab ich die Version ein bisschen geändert und damit bin ich 8-0 und ihr könnt das hier suchen, klickt auf das Deck und ihr werdet jetzt meine Deckliste sehen, so, ich kann das auch nicht verstecken oder sowas, so, hier seht ihr meine Deckliste und das ist alles online und das ist, und das hat das Game von sich aus, so, und Heartstone oder Blizzard, schneidet euch da mal ne Scheibe von ab, das ist super broken, okay Jungs, aber wie gesagt, das war's für die Einführung, falls ihr Fragen zu diesem Game habt, geht in die Kommentare und fragt, ich mach mir wieder noch ein Video, vielleicht geh ich auch mal ein bisschen genauer aufs Gameplay ein und sowas, das wär bestimmt auch nice, wir haben's ja jetzt nur so oberflächlich gesehen und so, maybe ich hab ganz wichtigen Stuff vergessen, den euch brennt interessiert und ich check das einfach nicht, weil ich jetzt das Game schon so verstehe oder so, aber Jungs, falls euch das Video gefällt hat, lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke, liked und, I don't know, oder Discliked, was auch immer, wie ihr wollt, okay Jungs, danke fürs Zuschauen, falls ihr Fragen habt, geht in die Kommentare und bis zum nächsten Mal, haut rein, läpst ein Schmatze. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020